Es ist ein schöner und eleganter Ofen mit einer großen Kapazität und einem Timer und Kahnbriesen, um die Temperatur und von normaler Qualität einzustellen. Es gibt keinen nennenswerten Wärmeaustritt beim Betrieb. Ich empfehle den schönen, ihn zu kaufen. Das ist mein zweiter Ofen, dieser ist mit seinen 25 Liter von der Größe optimal für uns. Mit bis zu drei Fächer benutzbar, das reicht locker auch für fünf Personen je nachdem eventuell. Auch mehr. Die Benutzung ist relativ einfach wie ein herkömmlicher Ofen auch. Der Griff an der Tür wird nicht heiß. In großem und Ganzen bin ich voll zufrieden und bin froh, dass ich mich für diesen Ofen entschieden habe. Da ich in meiner Küche keinen Anschluss für einen normal großen Ofen habe, wurde dieser hier bestellt. Essen für eine Person kann man prima zubereiten. Bislang habe ich Pizza, Pommes darin gemacht. Er arbeitet perfekt und damit bin ich zufrieden. Ich kann auf jeden Fall empfehlen. Der Mini Backofen ist sehr useful und well-delivered on time. It has different modes and settings for cooking food. It is big in size so that even we can cook hot chicken and it can be used for another different foods. Der Weg auf dem Mini Backofen ist light and it can be easily transferred from one place The Mini Backofen ist sehr gut. Er ist nicht zu groß, so dass man ihn gut verstauen kann, wenn man eine kleine Küche hat. Hab ihn schon ein paar Mal in Benutzung gehabt und funktioniert bis jetzt einwandfrei. Die Bedienung ist leicht, der Ofen heizt sich schnell auf. Man kann vieles darin machen. Toll finde ich, dass Backblech und Grillrost inklusive sind. Ist nicht bei jedem Hersteller dabei. Bin echt zufrieden. Die Oven war zwar packagend und lighter than I expected. But one of its accessories hat a small scratch in the corner. Before using the oven for the first time, I washed the accessories and operated the oven at the highest temperature for around 10 minutes. Having the option of heating from the bottom, top and both sides in the oven makes it easier for me to cook different dishes. Knobbs of the oven are simple and understandable. It is good to have a timer, but it could be better, if the timer could be set for periods longer than I know. Der Ofen war gut verpackt und leichter als ich erwartet hatte. Aber eines seiner Accessoires hatte einen kleinen Kratzer in der Ecke. Bevor ich den Ofen zum ersten Mal benutzte, wusch ich das Zubehör und betrieb den Ofen etwa 10 Minuten lang bei der höchsten Temperatur. Die Möglichkeit, von unten, oben und von beiden Seiten im Ofen zu heizen, erleichtert mir das Kochen verschiedener Gerichte. Die Knöpfe des Ofens sind einfach und verständlich. Es ist gut, einen Timer zu haben, aber es könnte besser sein, wenn der Timer eingestellt werden könnte für Zeiträume länger als eine Stunde. Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht in unserem Hobbyraum auch etwas zum Essen machen zu können, reine Mikrowelle kam nicht in die Frage, da wir eher Pizza-Fanatiker sind. Somit entschlossen wir uns einen kleinen Backofen zu erwerben, den wir idealerweise neben den Kühlschrank oder hier als Foto auf dem Kühlschrank platzieren können, dazwischen wird noch eine Arbeitsfläche kommen, keine Sorge. Zurück zum Backofen selber, der hat mehr Platz als wie wir es am Anfang dachten, ist ideal für Pizza-Baguettes, Wings und Co. Mit Sicherheit kann man auch weitere coole Dinger zaubern. Der Vorteil ist auch die Timer-Funktion, somit lässt man nichts anbrennen, wir sind rundum zufrieden. Auch ist als Zubehör ein Rost und ein Blech mit dabei. Firstly, the shipping was too early and also in good packing. Now come to its features, I used it for multiple purposes because I live in Student Hostel, like I grilled chicken and backnuggets, Pommes and big buns. The size is fine for me because I order it for myself. I am Pizza-Lover so I was with either I can back pizza or not but I am happy I can back in it. It is perfect size oven. Its heating feature is really nice. I am using it for five days. I am surprised and happy to see that it is really good for me. Before I did spend around two hours for food but now I finish my food in around an hour. Let's come to point highly recommended for purchase. Click Link in Description for more Reviews. Thanks for your watching. Like, what? Oh, yeah. Let's go. Hold me. Let's go. Bis zum nächsten Mal.